Mein Name ist Robert Schneider. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma W&Co Media Services in München. Wir sind seit 2009 Partner von Werk 2 und seit dieser Zeit besuchen wir auch den Print Day regelmäßig. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass der im Lauf der Jahre natürlich größer geworden ist. Es sind mehr Teilnehmer da, aber was gleich geblieben ist, ist dass es nach wie vor einen kreativen Austausch zwischen den Mitarbeitern von Werk 2 und den übrigen Partnern gibt. Es ist eine sehr kreative und auch eine sehr persönliche Atmosphäre des Austausches immer auf dieser Veranstaltung. Durch diese lange Partnerschaft haben wir auch einige Projekte natürlich mit Werk 2 realisiert. Wir haben sehr anspruchsvolle Kunden mit sehr individuellen Anforderungen und die können wir mit dem Produkt von Werk 2 sehr gut umsetzen und auf der anderen Seite sind aber auch die Anforderungen oder Werk 2 hat immer ein offenes Ohr für die Anforderungen der Kunden und ist auch bereit, individuelle Lösungen zu finden, die entweder nachher in das Produkt eingehen, aber auch individuell für den Kunden genutzt werden können. Und das schätzen natürlich die Kunden, weil sie da optimale Lösungen für sich finden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.